einen wunderschönen guten tag liebe zuschauer zum jetzigen jfd live trading tv am donnerstag dem 8 dezember hier auf unserem jfd desktop ich grüße ganz herzlich und wir schauen auf den markt wir schauen auf den s&p 500 der sich hier ja buchstäblich in höchstform zeigt mit dem neuen allzeithoch und wir gehen jetzt hier direkt mal in den stundenchart hinein um das ganze so ein stück weit zu konkretisieren und da sehen wir dass es gestern abend hier den short squeeze gab so wie man das schön nennt es gab hier zur gestrigen abendsession sozusagen den steilen move nach oben der markt schoss buchstäblich hier emporen das hat ja der dax heute auch nachgemacht mehr oder weniger und jetzt seither sind wir hier in der seitwärtsphase die sich hier im stundenschartintervall entsprechend darstellt weil wie gesagt das alles hier in der 24 stunden indikation sozusagen mit verdaut wurde also die amerikaner so ein stück weit in zurückhaltung trotz des neuen höchststandes es wird wie gesagt ganz interessant sein letztlich haben wir hier beim s&p 500 auch weitere hochs erwartet ja also dass das hier weitergeht wir sind ja jetzt auch in einer saisonal bullischen phasen die wir hier einkehren das heißt das muss auch längst noch nicht das ende gewesen sein es scheint auch hier weiter zu gehen erinnern sich an die großen big picture analysen möglicherweise bleibt hier das zyklische korrektur beben aus was eigentlich nach sieben acht jahren in der regel einschlägt beim s&p 500 das geht historisch bis in die 30er jahre zurück letztlich aber das scheint dieses jahr beziehungsweise während der aktuellen zyklusperiode vielleicht nicht hin zu hauen aber wir wollen uns den stundenchart anschauen denn ich mahnte ja ein stück weit zur vorsicht warum wir haben hier zum einen heute statistisch gesehen den schwächsten handelstag der woche donnerstag mit nur 45 prozent positiver schlusspreise nicht klar negativ aber im vergleich zu den anderen wochentagen insbesondere gestern mit 62 prozent positiver schlusspreise sehen wir dass das heute hier der einzigste wert ist der unter 50 prozent liegt also statistisch während der letzten 250 handelswochen der schwächste wochentag und ja insofern sehen wir auch noch die konstellation hier im stundenchart dass wir hier eine kleine range aufgebaut haben inklusive des neuen höchststand ist und aber eine divergenz hier schon sehr massiv aufbauen im rsi oszillator hier unten sehen wir das sehr schön machen wir das direkt konkret wir sehen hier mit den höchsten ständen von gestern eine kontinuierlich fallende tendenz und das lässt mutmaßen dass hier eine divergenz mehr und mehr ihrer ausprägung findet und zu allem was wir jetzt praktisch schon bewertet haben habe ich auch noch die fuzie vektor logik von heute mitgebracht zum smp 500 und die gestaltet sich so wir sehen hier nach dem gestrigen impuls und das passt eigentlich relativ gut derzeit eine laufende seitwärts range eine laufende seitwärts phase also insofern alles im lot aber wir sehen dann hier im weiteren verlauf insbesondere auch für morgen geltend dann ein rutsch nach unten und dann hier auch um satte 40 punkte also jetzt aktuell können schon dip runter gehen dann sehen wir hier so ein stückwärts seitwärts laufe mit der tendenz auf morgen geblickt scheint es hier tatsächlich nach unten weiter gehen zu wollen das wird interessant sein zu beobachten letztlich lässt sich hier beim smp 500 ein support level ausmachen welches im idealfall nicht unterschritten werden sollte kommt es dazu muss man von schwächeren preisen ausgehen moment ist eine unterstützungszone hier auf der südseite und hier auf der nordseite haben wir eine relativ gut definierbare widerstandszone also hier die range die wir in dem gelben rechteck sehen ist das eine das andere sind hier die entsprechenden zonen die sich sehr sehr schön definieren lassen und hier lässt sich wie gesagt ein setup durchaus ableiten jetzt gucken wir mal noch mal auf die fuzzi vektor logik hat das jetzt mal auf den stunden chart vergrößert von m 30 auf m 60 sehen wir hier ja relativ starken dip da geht sogar noch tiefer nach unten während der night session schrägstrich am morgigen handelstag das bleibt mal abzuworten aber hier ein statistisch nach fuzzi vektor logik annahmen hier steht uns doch ein kleiner rücksetzer bevor dagegen spricht natürlich das absolut bullische marktverhalten derzeit ich gebe hier nur zu bedenken deswegen die vorsicht wenn wir hier unter 2233 punkte etwa zurückfallen sollten sehe ich hier durchaus rückschlagspotenzial ja hier zunächst erstmal bis an dieser trendlinie die hier ja unlängst nach oben aufgelöst wurde könnte sich hier ein schöner pullback ergeben ich werde auch gleich noch mal fibos auflegen um das ganze noch ein stück weit mehr einzufangen hier vom letzten bewegungstief ausgehend ja passt wunderbar wie das 38 level in diesem bereich also wenn es hier einen rücksetzer gibt dann wäre das hier eine möglichkeit dass der markt dieses niveau eben anpeilt im sinne der divergenz im sinne dessen dass jetzt hier dann doch vom wochenende so ein stück weit der kaufdruck rausgeht muss nicht sein es kann ja auch absolut stringent weiter nach oben durchschießen das wäre eben der fall wenn wir über 2240 ansteigen und dann hier weiter nach oben laufen dann sind die nächsten ziele 2250 und mehr also der markt ist höchst bullisch das ist einfach eine spekulative vorsichtsmaßnahme nach dem motto dass wir das im sinne des short squeezes von gestern stück weit relativieren kommt es zu einem neuen hoch dann muss man davon ausgehen dass der markt die party weiter feiert und wir sind wie gesagt saisonal in einem jahresabschluss rallye impulses der hier wie gesagt jetzt bis dezember sich ende dezember anfang januar fortsetzen sollte aber man darf eben auch hier nicht blind sein und einen gewissen rückschlag sofern er denn kommt wäre hier sozusagen dann auch wiederum eine kauf gelegenheit um hier auf tieferem niveau einzusteigen denn letztlich scheint es wie es scheint dass der markt hier noch nicht fertig ist mit ausbildung neuer allzeithochs also es bleibt spannend ist ein interessantes thema die indizes hier wirklich im rausch der zugewinne und insofern warten wir mal ab was da noch schönes kommt ich sage erstmal danke fürs jetzige einschalten wenn sie mögen dann gibt es in kürze also spätestens morgen wieder das morning meeting von jens glatt das jfd devisen radar von mir und insofern seien sie gespannt wir versuchen sie ja regelrecht mit informationen so wie es denn sein muss also in diesem sinne einen schönen feierabend an alle wenn er denn da ist danke fürs einschalten ihr christian kamera und tschüss